Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute springen wir mal wieder nur zu Hamburg. Vieles mal als Rettung-Kandidater. Und es hat auch eine kleine Sache geändert. Ich habe mir jetzt einen neuen Wahlkauf an Porsche GT63 glaube ich. Es ist ein wunderschöner Wahlkauf. Da habe ich gerade... Ah, was ist denn für den Platz an der Dachstür, was ich auch in der letzten oder vorletzten Bibliothek habe? Ich kann auch noch einen kleinen Tipp geben, weil hier unten ist hier die, wie heißt es, die Tankanscheibe. Genau, und wenn ihr zum Beispiel jetzt während der Ampel den Motor einlässt, verliert ihr einfach Tank. Ihr könnt ihn aber auch ausschalten, danach verliert ihr keinen Tank mehr. Wir arbeiten heute Rettungskunst. Ups. Ja, egal, das hat mich nach dem Video. Das ist der Papier, perfekt. So. Wir spielen uns als Notarzt. Wo ist's? Ah, jetzt. Wir haben schon verflogen meine Kleidung. Das ist vom Rettungsdienst halt. Wir fahren mit dem NF-Mal. In allererstem Video hatte ich den NF-Mal. Nächster hatte ich den Vito, der ist aber kostenlos. Und jetzt fahren wir mit dem NF-Mal. Halt mit dem Audio rein. Das nächste aus dem Kampelspiel. Das habe ich im Notarztin und im normalen Dings da. Wie heißt das nochmal? Äh, als Zivilist habe ich den Mittelbild. Brauche ich auch nicht. 200.000 habe ich noch. Ich habe gestern aufgekommen, habe ich investiert. Ich hatte ja in meinen anderen 400.000, aber das spielt keine Rolle. Ich habe ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht. Okay, jetzt haben wir den ersten Einsatz. Die Farbe ist schon mit der neuen Sirene. Ihr werdet, was jetzt da passiert ist. Ich mache euch ein bisschen leise. Ihr kann doch nicht sein. Oh mein Gott, wo ist denn der Alte? Ich bin der Alte. Ich bin der Alte. Ich bin der Alte. Ich bin der Alte. Junge. Wo ist er? Hä? Novo fand er, der ist doch da! Warum hat er denn heute schon so gut? Oha, hab dich! Guck mal! Oha, das ist richtig gut gemacht! Ok, dann, wir haben jetzt noch einen Einsatzhintergrund, aber wir fahren jetzt einfach zwischen den Wald und den Feuerwehr rettung zu ziehen. Obwohl, ich bleibe gleich beim Einsatzort, das kann ich gleich abgeben. Und das kann ich auch noch absperren. Ich bediene mich einfach mit einer laufenden G-Taste, einfach durchspielen, herumfahren und dann könnt ihr auch fahren, so wie ich es in den Videos mache. Wir machen jetzt eine Warnball. Ich stehe mal hier auf. Der nette Herr da von der Tankstelle, oder was er halt angesagt hat, hat ja auch schon gesagt, dass er so das Gebäude räumen kann. Ich stehe mal hier auf. Okay, ich stehe mal hier. hier tut man einfach vorhanden obwohl es wäre nicht schlau die Kreuzung zu sperren aber die Warnbalken kann ich trotzdem lassen ich stelle hier eine auf und hier und in der Mitte kommt so eine Pylone und hier stelle ich die Kurkohäin und dann mache ich hier auch so ein Warnbalken rein äh habe ich auch ein bisschen falsch flottiert der soll jetzt nicht mal scheinen wir haben jetzt den ganzen Tag Zeit so die Kurkohäin ist gesperrt äh hier ich weiß wohin wir könnten das Absp... Ups und Abspitzband hier mit na hier 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 ich brenne die ganze Zeit jetzt durch und hier 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 Ich fahr da nicht drüber. Ich fahr da nicht drüber. Ich fahr da nicht drüber. Obwohl ich verunschte den Grennen mehr abgeschworen habe. Ich fahr da nicht drüber. Wow, anderes Ding. Der soll jetzt machen. Junge, ist der Wohntest? 1. 1. 2. 1. 6. 1. 2. 5. 5. 5. 6. 6. Wir fahren mit den Betten an, das Leib zu wagen. Auf dem habe ich so lange gespart. Also wir rücken jetzt nicht den Adels aus. Okay, let's go. Und wem die der AMG, ich glaube von Maxi bei der Linie. Der fahrt in Lambo, der andere fahrt in VW, ich fahr dort und der andere fahrt in AMG. Okay, da brennt schon. Okay, ihr habt direkt meine Sachen gespornet. Jetzt war es vielleicht ein bisschen mehr da. Ich weiß nicht, wie es so ist, kann man nicht anders sein. Du sagtest so oft, du hast ja kaputt hier löst mir schon jetzt. Okay, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich das Gefühl habe. Ich will euch mal abhören, dass du dich nicht hörst. Ich hoffe, dass hier viel nicht gelaufen sind. Ja, das ist etwas passiert. Wo ist die da? Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt kaufen wir einen Gebrink. Den hauen wir nach einem. So an das Ende. Was ist denn hier? Hamburger Feuerwehr? Nichts, ja. Jetzt werden wir anstrengen. Die Hälfte sind jetzt so ohne die Langlichtfahrt. Egal, wir fahren jetzt zurück zur Wache. Jetzt kommen wir an. Dann kommen wir an. Die Flucht, die Flucht, die Flucht, die Flucht. Bei Flucht. Ja, kommt doch das zu dir. Ich bin gespannt, wenn du dich bist. Er hat ja schon ein bisschen verflügt. Aber ich möchte dich nicht. Ja, dann komm ich mir vor. Hm? Ja. Ich denke, ich bin ja noch ein bisschen zu dir. Das war's für mich hier. Das war's für mich hier. Das war's für mich. Und das war's für mich. Tschüss.